Willkommen zu meinem ersten Let's Play über Dragon Prophet. Wir fangen gerade mal an und sind hier gleich bei der Charakterauswahl. Zur Verfügung haben wir den Waffenmeister. Also wenn ihr die Beschreibung lesen möchtet, dann haltet bitte das Bild an und dann könnt ihr alles nur lesen. Ich möchte es nicht unbedingt vorlesen. Weiter haben wir den Windläufer. Wenn es dann lädt. Das Orakel. Und noch der Zauberer. Zauberer ist schon recht geil, aber ich bevorzuge das Orakel. Der Sensenmann. Wir nennen ihn, ich weiß nicht, nur Fess am besten. So wie mein Kanal heisst. Wir machen ihn nackig. Und jetzt die Hautfarbe, bin ich eigentlich zufrieden. Farbe der Eris. Ich habe braune Augen. Lippenfarbe passt schon. Haarfarbe habe ich dunkelbraun. Seine Klamotten. Machen sie jetzt am Anbeginn schwarz. Sieht schon fast am geilsten aus, oder? Ne, sieht nicht so geil aus. Gut, dann kommen wir jetzt zu den genaueren Optionen. Ich stelle mir vor, den komplett riesig zu machen. Weil, schaut einfach am geilsten aus. Oder schaut geil aus, sagen wir es so. Nur etwas mache ich nicht. Nämlich bei der Hüfte oder wo ist auch schon der Tallinn-Umfang hier. Das sieht dann ein bisschen dick aus. Das lasse ich mal auf null. Die Tallinn-Breite. Wo ist es denn? Hier. Oh. Ein dünner Kerl. Dicker Brummer. Jawohl, dicker Brummer kann man machen. Ob er eine Gesäßgröße ist, auch nicht das wahre. Wie gesagt, das lasse ich schlau auch auf null. Gesäß-Breite lassen hier. Gesäß-Winkel lassen hier auch. Gesäß-Position auch. Für die Oberschenkel, die Waden und die Fußgröße. So, jetzt haben wir fast uns einen Riesen. Jetzt kommen wir zu der Grundeinstellung. Da nehme ich auch möglichst etwas, was zu mir passt. Aber ja, ich klicke einfach mal alles durch. Dann könnt ihr euch alles in Ruhe anschauen. Wenn es dann lebt. Zum Teil hat es ein bisschen Bugs. Aber nur... Äh, Lags meine ich. Aber was soll's. Ja, das verpasst schon fast am besten. Die Frisur. Diese Haare passen mir. Ich klicke wieder alle durch. Dann habt ihr alles gesehen. Extra für euch. Lange Haare. Son Goku. Ja, das. Sonst noch jene Scheisse. Hier. Ja, Waldmenschen und alles. Geschält. Wir nehmen das hier. Das ist am besten zu mir. Jetzt könnte ich hier eigentlich noch Kopf und alles selbst einstellen. Das lass ich jetzt aber lieber. Wer Gronkh gesehen hat, weiß, was daraus passieren kann. Ich hab das schon mein siebter Versuch, dieses Let's Play zu drehen. Da hab ich schon andere grässliche Dinge erstellt. Vielleicht blende ich hier das ein. Wenn ja, dann seht ihr's. Sonst nicht. Dann würd ich sagen, stellen wir ihn fertig. Gut. Dann betreten wir mal das Spiel. Mit unserem kleinen Helden. Jetzt ist es schaust.